Am Samstag, den 20. September, fand im Rahmen des Quickborner Eulen- und Schützenfestes der beliebte Eulenmarkt statt. Begeisterte Besucher, die auf der Suche nach kleinen Schätzen an den verschiedenen Flohmarktständen vorbeischlenderten, wurden von verschiedenster Unterhaltung begleitet. Auch die Kleinen kamen mit einer Hüpfburg, Ponyreiten, einer Kletterwand sowie Kinderschminken voll auf ihre Kosten. Verschiedene Auftritte von Tänzern und Musikern rundeten das bunte Unterhaltungsprogramm ab.